Guten Morgen! Hallo, meine Damen und Herren! Hallo! Meine Damen und Herren! Ich bin der Abstieg von der Intentation. Ich beschäftige mich heute für das Thema A3, welches ist, warum schicken so viele Männer geflächlichen Alkohol? Und was kann man tun? Erstens, Alkohol braucht die Familie. Wir treten und kochen nichts für die Frau und der Mann. Zweitens, der Mann hat kein Selbstbeherr. Alkohol braucht Unfall in die Stadt. Aber Alkohol kann blocken. Zum Beispiel, Blutgehringer oder Alkohol kann blocken. Alkohol Alkohol für Beherrschen nicht kaufen Alkohol für die Unwändliche unter 18 Jahre alt. Damit komme Beherrschen und wenn ich fremden habe, ganz verfügung. Ja, und Liebe. Warum treten die Männer Alkohol? Die Männer treten Alkohol. Weil wenn Männer waren schämlich. Ja, schämlich. Ja, schämlich. Wenn sie keine Fragen haben, dann Applaus für Nancy. Ja, schämlich. Ja, schämlich. Ja, schämlich. schämlich. Ja, schämlich.